Wir haben darüber geredet, wie eine Diagnose entstehen kann. Jetzt wollen wir uns noch darüber unterhalten, wie eine Fehldiagnose entsteht und was eine Differenzialdiagnose ist. Eine Differenzialdiagnose habe ich das erste Mal, wie ich das das erste Mal gehört habe, als junger Student habe ich nicht ganz verstanden, was der Vortragende meint. Und zwar hat er gesagt, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Das war seine Erklärung zur Differenzialdiagnose. Aha, was heißt denn? Was meinten? Der haben wir gedacht. Ich habe es nicht verstanden. Also, aber es ist relativ banal. Es gibt die Diagnose und es gibt die Differenzialdiagnose. Das heißt, sozusagen die verschiedenen Diagnosen auseinander zu sortieren und zur richtigen dann zu gelangen. Und jetzt an dem Beispiel Flöhe und Läuse. Jemand hat Juckreiz am Kopf und jemand hat die Erfahrung gemacht, das sind Läuse. Ab jetzt ist jeder, der ihn begegnet und Juckreiz am Kopf hat, der hat Läuse. So habe ich es dann erlebt in meiner Turnus-Ausbildung. Als ich ein junger Turnus-Azt war, hat mir jede Krankenschwester erklärt, was ich für ein Teppich bin, wenn ich nicht weiß, dass wenn es da unten wehtut, da rechts, dass das eine Blinddarmentzündung ist. Ja, warum? Weil sie hat die Erfahrung gemacht, das ist eine Blinddarmentzündung. Aber ich habe in meinem Hinterkopf sieben andere Diagnosen gehabt. Sieben andere Ursachen. Und ich musste überlegen, differentialdiagnostisch, ist es ein Blinddarm oder nicht? Aber ich war der Depp. Das ist die falsche Schlussfolgerung. Der Juckreiz, und um jetzt in dem Beispiel zu bleiben, könnte ja auch von Flöhen kommen. Wir wissen es ja nicht. Sind es die Flöhe oder sind es die Läuse? Und in dem Beispiel zu bleiben, hat der Vortragende gemeint, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Also es können die Läuse und die Flöhe sein. Und mittlerweile weiß ich, es kann auch ein Pilz sein. Es kann auch eine Schuppenflechte sein. Und vielleicht hat sich der Betreffende einfach seit Monaten die Haare nicht gewaschen. Das heißt, dieses Symptom ist einzuordnen von einem verständigen Arzt als Symptom. Nicht mehr und nicht weniger. Von einem Laien wird es möglicherweise als Läuse eingeordnet. Und auch das passiert momentan. Auch das passiert momentan. Falsche Differenzialdiagnose liefert falsche Zahlen. Falsche Zahlen liefern falsche Ergebnisse. Um das jetzt noch ein bisschen praktischer und deutlicher zu machen. Ich glaube, ich muss Papier spannen. Naja, das geht so fast. Ich muss jetzt ein bisschen schauen. Wo es vielleicht dann schwerere Folgen hat. Ich mache ein EKG. EKG kennt jeder. Das ist dieses Kabelzeug, das man da anhängt, damit man das Herzaktion anschaut. Und der Patient fragt, habe ich einen Herzinfarkt? Weil der Patient glaubt, ich kann das aus meinem EKG rauslesen. Ich kann es aber nicht. Wenn ich jetzt zum Patienten sage, weiß ich nicht, denkt sich der, was ist denn das für dummer Arzt? Aber, wenn ich zu meinem Kollegen sage, weiß ich nicht, sagt er, na, eh klar. Das kann man aus seinem EKG nicht rauslesen. Das kann man nicht hundertprozentig sagen. Man kann nur einen Hinweis darauf finden. Und wenn man einen Hinweis findet, dann ist das ein Befund. Aber, damit kann ich keinen Herzinfarkt diagnostizieren. Das geht nicht. Wenn ich einen Herzinfarkt diagnostizieren will, brauche ich zumindest klinische Symptome. Also Plus, Plus Enzyme, das heißt eine Blutabnahme. Das ist das Minimum. Der muss die entsprechende Symptomatik bieten. Er muss in der Blutabnahme und in den Enzymen deutliche Hinweise haben. Und er muss auch im EKG was zeigen. Es kann sein, dass er im EKG nichts zeigt und trotzdem einen Infarkt hat. Es kann sein, dass er was zeigt und einen Infarkt hat. Es kann sein, dass er klinische Symptome hat und keine hat und so weiter. Das kann alles sein. Es kann sein, dass er einen hohen Enzymspiegel hat. Und ich mir die Enzyme noch genauer anschauen muss. Und dann kann ich sagen, das ist ein Infarkt. Das ist das Hintergrundwissen, das ich haben muss, damit ich einen Infarkt diagnostizieren kann. Wenn ich aber jetzt das andere, wenn ich das jetzt aber so mache, dass ich sage, ich habe den EKG geschrieben und der hat einen Infarkt. Nur vom EKG. Und ich leite daraus etwas ab und gebe Medikamente bestimmter Art und setze Maßnahmen gegen den Herzinfarkt. Und der hat gar keinen Herzinfarkt. Dann kann das ganz schön gefährlich werden für den. Also die Diagnose ist etwas unglaublich Wichtiges für die Maßnahmen, die zu treffen sind. Und noch einmal, die Diagnose stellt nur der Arzt.